Fick dich, Alter! Ich versuch nochmal da hochzukommen. Ja, da ist ein Bonus! Wusste ich doch. Destroy them all! Vorsichtig, wir dürfen nicht sterben. Und wir sind gestorben. Ich sag noch vorsichtig, wir dürfen nicht sterben. Und wir versuchen es noch einmal da hoch. Irgendwie... Und wenn ich abstinke... Ja, super, auch nicht schlecht. Ähm, nein, das war nicht so gut geplant. Genau, so, zack, wir versuchen es direkt nochmal. Und mal schauen, ob wir es schaffen. Ja, komm, 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 zeichne ein Bild. Bleib nicht so lang, Freunde. Das ist die Scheune-Mor. Und wir haben die Münze. Schon sechs Token gefunden. Sechs King K.Roll Token. Oh, okay, okay, da war das selbe Leben nochmal. Ja, so geht es natürlich auch. So kann man sich auch Leben verdienen. Also mal, wir haben es lange weiter. Und der Gegner lebt wieder. Okay, ich glaub, ähm... Okay, ich glaub, ähm... So, und hier. Zack, und noch ein Leben. Da hoch. Ja, und da hätten wir eigentlich die Schlange verloren. Und da ist ein Banana-Token. Oh, ein Bananen. Okay. Oh, nee, danke. Da habe ich ein bisschen Angst vor, vor dieser Spinnen. Äh, fliegen. Die sehen aber auch anders aus. Also, die haben sie auch verändert anscheinend. Da ist noch so ein... Komisch. Alle Geheimnisse hier. Im ersten Teil habe ich mir so schwer getan, jetzt finde ich alle. Nein! Na gut, dann haben wir die Münze halt so gekriegt. Oh, wenn ich dafür... Ich fff... Sitik-Sin-E infiziert habe. Oh, ich stell mich gar nicht so doof an. Mit Controller ist das Spiel wesentlich einfacher als über Tastatur. Ich spiel das ganze Spiel mit Didi durch. Ich will lieber so... E-Gitarre-mäßig- als alles andere. Was ich jetzt aber gerade suche, ist ein Save-Punkt. Ich glaube, das war hier, ne? Saved war hier in Kong College. Ja, Save-Game. Hier ist Saved. Aha! Haben wir's doch. Wie, was? Nein, ich will nicht speichern. Ich dachte, ich hab gespeichert. So, zack. Goodbye. Speichern ist also bei ihr. Und wenn ich mich täusche, war da hinten nicht die erste Insel? WTF? Was ist das? Ja, genau. So würde ich auch gucken. Was? Wow, 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 wow. Nein! Ah, nicht schlecht. So macht's schon das Algo. Jetzt geht der natürlich schneller ab. Zack, zack, warm. Ja, flieg uns schön in die Hände. Was macht der jetzt? Wow, 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 wow. Ha, toll. Jetzt fliegen die Eier da so raus. Wow, geh weg. Was willst du von mir? Ah! 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 Oh, äh. Oh, jetzt gibt's da jetzt. Wie rastet der wirklich raus. Und er knallt wieder. Voll dagegen. Oh, nee. Und er ist kaputt. Wie immer diese üblichen vier Treffer, die man mannten muss. Und, ähm, damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Das erste Level. Die Galeone. Und ich werde jetzt speichern. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Das war Let's Play Donkey Kong Country 2. Mit eurem Sirius. Und wie ich immer so schön sage. Leute, haltet immer schön die Bettdecke über die Hände, ne? Nein, die Hände über die Bettdecke. Verdammt. Ich muss diese Sprung auswendig werden. Naja. Bis auf jeden Fall. Bis demnächst. Und ich würde sagen, man sieht sich dann. Bei einer weiteren Runde. Let's Play Donkey Kong Country 2. Auf Wiedersehen.